Hallo und herzlich willkommen bei Kalkow. Ich stehe hier mit Jörn aus der Produktentwicklung von Kalkow und wir stellen euch jetzt das Enteis 5 Plus vor. Jörn, was hat es mit dem Plus auf sich? Normalerweise sind E-Bikes bis 130 kg zugelassen. Bei unserem Konzept haben wir uns für ein höheres Gewicht entschieden und das bis 170 kg hochzusetzen. Das beinhaltet also, dass nicht nur der Rahmen, aber auch die Komponenten für dieses höhere Gewicht von uns ausgelegt worden sind. Ja okay, verstehe ich. Aber kannst du das Ganze mal am Beispiel erklären? Also wenn wir davon ausgehen, dass ein Fahrer ungefähr 90 kg wiegt und ich ein 25 kg schweres E-Bike habe, dann bin ich schon bei 115 kg und da bleibt mir einfach nicht mehr sehr viel Spielraum noch am Fahrrad was zu transportieren zum Beispiel. Und das heißt, da kann man dann wirklich die Packtaschen voll machen, man kann auch vorne an Lenker was packen, vielleicht einen Anhänger, einen Kindersitz noch ran und dann irgendwie ab damit. Genau, das ist richtig. Ich habe auch gehört, bei euch sind jetzt auch nochmal andere Rahmengrößen dann im Programm bei der Plus-Serie? Genau, bei der Plus-Serie haben wir auch noch das zusätzliche extra, dass sie den Rahmen in 63 Zentimeter anbieten. Das ist natürlich dann auch für größere Fahrer sehr gut geeignet. Was ist denn noch das Besondere beim Plus? Was hier noch besonders ist, dass wir diesen Rahmen auch in der 63 Zentimeter Höhe anbieten. Das ist natürlich extrem vorteilhaft für große Menschen, die aber dann auch schnell mehr wiegen und natürlich von diesem Konzept noch mehr profitieren. Welche Rahmenformen bietet ihr beim N-Type 5 Plus an? Hier bieten wir wieder eine Trapezrahmenform, eine Diamantrahmenform und wie wir auch hier im Hintergrund sehen, wieder die Wave-Modelle an. Kommen wir mal zu den Komponenten. Welchen Antrieb habt ihr hier verbaut? Wir verbauen hier ein Bosch CX-Motor und im Unterrohr haben wir einen 625 Wattstunden Akku verbaut. Okay, das ganze Bike sieht ja ziemlich Offroad-mäßig aus. Wie kommt das? Ja, wir haben uns natürlich überlegt, welche Komponenten könnten interessant sein für Touren abseits der Straße. Wir haben zum Beispiel eine sehr kraftvolle Vierkolben-Scheibenbremse dort verbaut von Shimano. Wir haben eine Luftfedergabel aus dem MTB-Bereich, die ist nicht nur sehr verwindungssteif, aber die spricht auch sehr sensibel an. Des Weiteren haben wir natürlich wieder unsere stabilen und robusten Stollenreifen, die hier zum Einsatz kommen und wir haben eine Übersetzungsbandbreite, die also auch schon, sag ich mal, kräftigere Steigungen zulassen. Ja, an wem kannst du das Fahrrad denn jetzt besonders ans Herz legen? Also ich denke, ich würde Leuten das Fahrrad empfehlen, die ein vielseitiges Fahrrad suchen mit einem unheimlich breiten Einsatzzweck und dann natürlich das Gewichtsplus ausnutzen möchten. Was ist denn dann dein persönliches Highlight an dem N-Tice 5 Plus? Ich glaube, das wäre in diesem Falle der Vario-Vorbau, der trotz der höheren Gewichtsklasse hier besteht. Ja, super. Vielen Dank, Jörn. Das N-Tice 5 Plus, schaut euch einfach mal an. Ansonsten gibt es auch noch viele tolle andere Produktvideos von den Kalkoff E-Bikes und da ist bestimmt das Richtige für euch dabei. Tschüss! E-Bikes. RTL